Ich bin geil! Ich bin fett, Robin, ich darf das. Achso. Was? So geil. Fällt dir sowas schwer, vor Publikum zu reden, was du streamst auch? Ne, 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 aber die Frage ist gerade. Also bei mir, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll gerade. Du sagst es doch die ganze Zeit schon über Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Was? Oh geil. Wie rot du bist. Man hört sich voll doppelt jetzt. Ja, ne, ne, ne. Jo, hallo Leute, euer Misali ist wieder am Start. Willkommen zu Dead by Daylight. Heute habe ich noch ein paar Gäste am Start. Darunter den Robin, Laura, Kilian und der Fabian. Und Robin und Laura, die streamen auch, wie ihr euch auch am Namen erkennen könnt. Twitch wie kranker Min ist richtig ausgesprochen, ne? Meiner. Meiner. Achso, ja, ich sehe nur Min jetzt gerade beim Killernamen. Ja, ne, ne, ne. Ja, ne, ne, ne. Und wir starten einfach direkt. Let's go. Und der Robin ist der Killer. Ne, 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 ne. Jetzt wird geschnetzelt. Dann schauen wir mal, wie es läuft hier. Ach scheiße, ich spiele gegen... Nein! Er will uns voll zu spielen. Ich habe den Trapper nicht. Wie, jetzt echt nicht? Nein! Ja, ne, ne, ne. Hattest du dich. Wenn jetzt der Rad noch da wäre bei TV-Total, wäre das der nächste Knopf wäre. Ja, ne, ne, ne. Das ist ab sofort eigentlich Robins, äh, Intro am besten. Ja, ne, ne, ne. Ich spiele die rote Kartoffel. Immer ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Oh, ne gute Map. Ja, die gefällt mir. Oh, ja, oh, ja. Ah, ne, ne, ne. Fabi, du bist der erste. Ja, doch, doch, doch. Ja, die Glöckner von Nordredam hat er. Robin, willst du mich direkt wieder verscheuchen? Was hast du die Glocken von meiner Freundin, nicht die von mir, glaubst mir. Was hast du für Perks bei deinen Unsichtbaren? Ich kann durch Wände gucken. Ich sehe, beziehungsweise bin sofort aus meiner Unsichtbarkeit raus. Also schneller, ja. Und ich kann Insta töten. Ah, ja, wenn die Türe... Ach, ne, warte mal. Ach, du meinst Opfergabe? Du lecker! Das ist dann meine Opfergabe, genau. Ah, okay. Aber hast du das rosa? Genau. Jetzt echt? Yep. Das habe ich auf Stufe 10 gedroppt. Jetzt ohne Flux, Alter. Wie viel Glück hast du denn, ey? Ne, jetzt kommt der ja geil zu lacken. Ich habe schon ein Perk von mir auf Stufe 3. Okay. Und ein Perk, was jetzt kommt, ist auch auf Stufe 3 und direkt auch auf rosa. Jo, läuft bei dir, ey. Aber du hast nicht dieses Perk... Warte, 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 geh weg! Nein! Ja, ne, 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 komm, ey, Schatz. Du hast aber nicht dieses Perk, das... Ja, ne, 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 du frisst bei, eben. Hallo, Schatz! Lauf! Ach, weißt du, war dich hängig sogar. Er hat mich ja schon auf den Arm hier. Ja, versuch sie frei zu wickeln. Warum hat er dich auf dem Arm? Wiggle the Wig. Wiggle the Wig. Kann ich schauen, ich kann mich selbst helfen, was? Ähm, ja, ich häng dann mal ne Runde ab hier. Ja, ich häng ab. Nicht hält mich am Boden. Also Richtung Spawn. Lebst du noch oder hängst du schon? Ja, genau. Der Herzschlag mit Lauter. Ja, wer ist denn da vorne? Ja, wer ist denn da im Nebel? Ja, komm zum Papa. Im Nebel? Ja, hier ist... Im Nebel stehen Bäume, mein Freund. Ja, ne, ne, ne. Du bist ja doch, doch. Ja, doch, doch, doch. Illi. Komm, Saucus, man. Safe, safe. Boom. Ja, du Lacker, du. Oho. Seid, ihr. Wo Schmieräume. Scheiß, warte, mein Kuss. Okay, jetzt flackst er mich ja noch. Ganz ehrlich. Kennst du auch das Perk hier, Robin? Was der Killer manchmal hat, wenn die Türe auf ist? Dass er dich direkt one-hitten kann mit einem Schlag. Ja, das hätte ich auch gerne. Ja, ich auch hätte so gerne. Das ist mega heftig. Ja, ne, ne, ne. Ja, doch, doch, doch. Ja, doch, doch, doch. Ja, dilly, 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 da. Oh, wer rennt denn da vorne? Oh, okay. Alles gut. Nein, er sieht mich. Fuck. Lauf, 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 Robis. Wir sehen uns, haust du rein. Haust du rein, hier kommt das Schwein, das wollt schon. Was mach ich da? Oh mein Gott, was mach ich da? Du kannst mich direkt töten. Genau. Du bist jetzt als erstes verreden. Ach, scheiße, Alter. Bevor du mich nämlich weiter verarschst. Ach, Alter, warum geh ich zurück? Aus Versehen, ey. Ach, fuck. Aus Versehen bist du trotzdem tot. Fehler passieren, ey, nein. Wo bin ich denn mit? Ich bin hier. Ach, da. Aber ich sehe das wenigstens zum ersten Mal. Ich habe es noch nie gesehen. LOL. Das sieht da voll dumm aus. Bei der Kettensäge habe ich das auch nie gesehen. Weil den irgendwie keiner spielt. Weil der... Der nimmt die Kettensäge dafür. Ernsthaft? Ja. Der haut die Kettensäge rein. Für den Spacko. Oh, fuck. Warum gehe ich denn zurück, Alter? Ist richtig dumm einfach nur. Da. Egal. Diesmal wirst du trotzdem sterben. Du wolltest wenigstens erstes sterben. Danke, Laura. Lauf, lauf, lauf. Das macht sie immer. Sehr gut, sehr gut. Hab ich mir schon gedacht. Äh, warte mal. Killer. Direkt. Warte mal. Hinter dir. Laura, danke. Guck mal, hinter dir den Baum. Hinter dir den Baum. Ne, 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 ne. Nein, nicht den, nicht den. Hinter dir. Den Kamera umdrehen. Geh mal zum Fenster. Da war gerade so ein Fenster. Du weißt, wo ich mein. Da, genau. Und jetzt. Da, rechts, 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 rechts. Hast du gesehen? da genau da da ok 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 so Fehler kann man doch gar nicht haben du nur Bescheid weißt ich guck mal kurz hier lauf 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 du weißt nicht wohin ja pass auf versuch immer links rechts irgendwie ganz eng zu laufen an den Objekten so eng wie es geht musst du immer laufen die hat mich eiskalt getötet die Laura Hammer pass auf ja shit ist das äh instant kill ein dauerhaftes Perk andere Seite äh nein das nimm ich nur für Private ist das ein Perk was du dauerhaft nutzt oder nicht nein 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 das ist ähm eine Obfragabe genau eine Obfragabe ich hab dir vorhin schon eine Schocks gegeben hier sieht man das richtig jetzt ah ok endlich ein Ausgleich danke dass du dich getötet hast ok warte geh dahin was ich dir gezeigt hab ja du hast mich dem nur zum Fraß vorgeworfen jetzt kann ich sowieso durchwende gucken jetzt ist mir egal go 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 mach 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 und da vorne rennt jawohl und tschüss ach du ja jawohl jawohl sehr gut egal da konnte ich mir nichts zu sagen wo die Falltür ist das hab ich mal positiv ja ne 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 ja doch 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 haha bis dann Leute euer Mr. Adi haut da rein und ciao und Robin Laura auch die anderen können doch sagen was da ist zur Verabschiedung ihr schaltet wieder ein der Junge ist ganz in Ordnung ach und genau Link oben in der Videobeschreibung von deren Twitch-Kanal nicht zu vergessen könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen wer mich sehen möchte der tut mir jetzt schon leid also ertragen tut man meinen gar nicht auf den Link und Gude ist fertig ja ne 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 oder Augenbinder aufziehen Gude ist ja ne 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 tschau 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 und es war mir bitte auf Facebook Twitch und Instagram tschau or Io ob auf auf K auf